Die Frau Sander ist das. Wer ist das? Die Frau Sander. Wer ist die so? Jawohl. Hast du die so getaubt? Jawohl. Gut. Die kommt nämlich schon drei Uhr. Bist du sicher, dass das noch dieselbe ist und der Nachwuchs von der so? Nee, das ist immer noch dieselbe. Wie alt werden die? Ich erzähl die an die Stämme. Okay, wie alt werden die? Die fühlt sich offensichtlich wohl bei dir. Na ja. Dann komm ich hier zum Morgen.